Aufatmen beim FC Wegbergweg am Montag. Aus knappen zwei Punkten Vorsprung vor den Abstiegsplätzen wurden mit einem Mal deutlich beruhigendere Zehnzähler und das alles ohne irgendein Tor erzielt zu haben. Somit die Bedeutung der Partie beim Wuppertaler SV in Rot-Blau doch deutlich geringer als noch vor ein paar Tagen gedacht und das ist ganz gut so, der WSV enorm formstark hat in diesem Jahr acht von neun Heimspielen gewonnen. Ja ja, in dieser Saison laufen die Dinge ein wenig anders. Durch die Annullierung der Oberliegen gibt es dieses Jahr nicht mehr wie geplant fünf Absteiger, sondern nur noch einen einzigen. Mit einem Mal haben also auch Vereine wie der Bonner SC und RW Ahlen wieder realistische Chancen. Auf den Liga verbleibt Marvin Brauweiler mit der ersten Chance für Wegberg. Ich habe schon erwähnt, im Jahr 2021 spielt der Wuppertaler SV wie ein Spitzenteam und auch heute wieder flüssig, zielstrebig und mit dem frühen 1 zu 0. Saric macht's. Super Kombination, klasse zu Ende gespielt. Semir Saric mit Saisontreffer Nummer sechs, aber das ist schon luftig wie die Wegberger in dieser Situation. Verteidigen. Mit dem 2 zu 0 im Rücken, Wuppertal souverän und kurz vor der Pause nochmal über die rechte Seite wieder die flache Flanke und Amethoff nagelt ihn rein. Die Spielzüge gleichen sich, die Ergebnisse ebenfalls kurz vor der Pause legt Wuppertal nach bei Herrn Amethoff, nimmt den mit Risiko und wird belohnt. Danach Pause, effektive Wuppertaler liegen verdient vorne. Die Gäste jetzt gefragt und das Team von Trainer Mark C auch deutlich aktiver mit der ersten Duftmarke durch Jan Bach. Patzler hält stark. Der Kampfeswille beim FC Wegbergbeek durch den späten Nackenschlag in Halbzeit 1 keineswegs gebrochen. Hasani legt ab auf Mike Kühnel und wieder ist Patzler da. Richtig, richtig schicker Strich von Kühnel. Wuppertal defensiv jetzt doch das ein oder andere Mal geschlagen. Das ist Hasani und diesmal auch Patzler aus dem Spiel, aber Salau rettet auf der Linie. Schon über 70 Minuten gespielt im Stadion am Zoo. Endlich auch der WSV mal wieder mit einer vorzeigbaren Offensivaktion und was für eine. Marco Königs zur Halbzeit eingewechselt an den Außenpfosten. Die Zeit immer knapper für Wegberg, stattdessen aber erst mal Freistoß Wuppertal. Beideisen ist in der ersten Halbzeit. Ziemir, Saries. Zuschauen und einfach genießen. Und bevor jetzt die ersten Leute um die Ecke kommen und was von Zufall reden, praktisch genau das gleiche Tor hat Saries schon von einem guten Monat gegen Rödinghausen erzielt. Das Spiel ist damit gelaufen, die Wegberger gebrochen. Aber Wuppertal hatte noch ein bisschen Lust auf Fußball. Bura Gencal ist durch und macht das Vierte. Im Winter kam Gencal vom Bonner SC, feierte einen Traumeinstand. Mit zwei Toren in seinen ersten beiden Einsätzen. Zuletzt der 26-Jährige, aber nur noch mit wenigen Spielminuten, kann noch ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Das 4 zu 0. Der Schlusspunkt einer Partie, die dann doch deutlich weniger einseitig war, als es das Ergebnis vermuten lässt. Wuppertal ist weiterhin eines der formstärksten Teams der Liga und in Wegberg wird diese Niederlage dank des neu gewonnenen Vorsprungs wohl auch keine allzu schlaflose Nacht verursacht haben.